hallo und herzlich willkommen zurück zu pal world ich hätte schon fast wieder palia gesagt ich idiota wir stehen also ich stehe der ewig ist irgendwo anders ich weiß gar nicht was der hintermacht ich stehe hier vor den eiern und bin gespannt darauf warten dass die ep kommt dass der uns mal das ei an dass der uns mal das ei anguckt du musst das du musst das linke nehmen ich nehme das rechte warte mal ich brüte das rechte links ist aber hier links ist da wo der daumen rechts ist ein marit habe ich bekommen keine ahnung was das ist das sieht so nach nach geist aus ja du nimmst das linke ach so du bist schon da aber ich hab'n dinos und okay ja das ist ja nicht schlecht aber den hast du glaube ich schon ja warte mal ich setze dir mal auch dieses jumbo düsteres jumbo ei ein jetzt bin ich mir nicht sicher das zerfurchte ei du hattest jetzt ein grünes oder so da drin das zerfurchte ei das hatte ich glaube ich danach extra noch geholt und das gefrorene auf jeden fall auch ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ja ich hab dir auf jeden fall das düstere jumbo reingemacht das dauert 40 minuten also wir müssen zwei episoden dann aufnehmen damit du das machen kannst und ich setze mir jetzt erst mal dass das das ein und guck mal hier wo ist er hier wenn du da rein guckst das sind alles deine eier drin die du dir da noch reintun kannst so gut bin ich zu dir ganz viele gesammelt und das leider kann man das nicht benennen das fände ich noch gut wenn man hier irgendwie so episch eier oder sowas oben drüber schreiben könnte mein essen läuft ab meint dauert nur sechs minuten das ist in klein ist nur mein essen läuft ab wenn wir gleich los darf ich vielleicht vorher mal was essen bevor ich hier verrecke nein ich glaube mal kurz ein paar bären für die meine pals was haben wir denn hier ein hast du das gesehen ich hatte hier eine wo sie nichts drin ist ja toll ich hatte hier so ein super schönes holz fast direkt daneben hingemacht ist aber nichts drin ich weiß nicht die schleppen das wahrscheinlich wieder durch die halbe abteilung hier was macht denn jetzt der flieger hier wo kommt der denn jetzt her hilfe warum eingang zur klamm da ich bin mal kurz beim kleinen dorf sondern ich bin mal eben zu diesem der die palt wo kommst du denn hier ich bin am weglaufen gewesen damit der nicht kaputt geht und was passiert natürlich er geht kaputt passiert meistens ich hasse dieses spiel gehen mir immer alle kaputt ich wollte nur mal kurz bei dem händler nachgucken weil der wechselt ja ich glaube jedes mal wenn du schläfst wechselt der sein angebot und letztes mal hatte der nur diese komischen palt da drin ja nicht brauchen ach so habe ich jetzt die ich habe die lampe naja ich wollte sagen wenn wir mal eben king packer da unten klatschen den habe ich auch eben geklatscht mal eben ist gut bei mir war der zum glück verpackt ich weiß nicht ob der sonst schwerer ist ich habe das mit meinem falten gemacht hier mit dem so guten tag jetzt wie richtiger händler ich möchte ware kaufen fd ich wie viel haben wir bei der bin ich mir jetzt nicht sicher richtig haben wir wohl die pop schon wieso bin ich jetzt nicht bei dir wieso wo ist du bist vor allem dorf oder wo bist du ich bin bei dem zwielichtigen händler wie gesagt aber ich komme jetzt raus ich kann jetzt raus ich habe neue palt lalalala noch dazu gute palt da ist der richtige drin muss nur mal eben kurz wieder hoch damit ich reisen kann und dann ja ist die frage dann gehen wir zu den schildkröten hat man glaube ich letztes mal gesagt oder wollte jetzt zudem ein nein zu den schildkröten ich möchte die auch haben ja weil du jetzt mit dem einen typ angefangen hat dass dem den king sowieso king louis nicht ja die könnten wir eben vorher klatschen der ist ja hier vorne sind keine ahnung ist ja glaube ich gewesen ach der ist da genau hinter mir ja so ist ein wie gesagt ich kann dir nur empfehlen mit dem kleinen oder mit dem falten hier habe ich eben gefangen mit dem mit dem bringt das hier ich drehe mich um und guckt zu dir und im nächsten moment habe ich keine ausdauer mehr wo bist du jetzt ich bin jetzt auch der normalen ja bei king packer bin ich hier so jetzt komme ich wieder hoch lass mich mal bevor du den hit ist den ersten schuss machen ja ich trinke in der zeit mal kurz einen schluck kaffee ich sehe alles von hier oben let's go ich kann hier nur nicht mehr lange bleiben wenn du nicht bald angreifst hast du den schuss jetzt gemacht ja aber warum greift mein vogel nicht an wieso habe ich da so komische angriffe da sind ja ganz andere als ich gewohnt bin wo nicht mein freund so nicht was ich doof finde dass du dir auch nicht anvisieren können es nur also anvisieren nicht feststellen kann es quasi was du mit der tabtaste oder sowas du wolltest ihn aber töten wollten jetzt nicht versuchen zu fangen kommen ich glaube ich wüsste nicht dass wie man empfangen wollen mit den großen bellen also ich habe privat die über den goldenen glaube ich sind das freigeschaltet jetzt ja aber dafür brauchst du das fließband ja ach so kannst du dich herstellen freigeschaltet habe ich auch jetzt auf meinem server aber aber ich brauche ja du hast ja schön die zehn teile hier verbraucht und ich kann mir so eine lampe nicht machen ja die wollte ich dir eigentlich machen das aber nicht aber wenn wir drei bosse machen würden dann kleben wir glaube ich fast 20 von den dingern ja ich habe jetzt schon da hinten ist noch ein ding hast du die eigentlich getötet weil sie haben mich gar nicht angegriffen und nix ja ich habe noch so eine elektrisiere umgebracht gerade ja super wir müssen zu den schildkröten das problem ist wir haben da keinen wirklichen so habe ich jetzt die feuer feste jacke dabei habe ich solltest du dann auch mitnehmen ja ja hatte sie habe ich mit ja da oben können wir mal eben schnell reisen ja warte ich da ist auch noch ein bei das ist mir eigentlich einerlei weil ich habe tatsächlich festgestellt das muss ich bestätigen dass wenn du eier in gebieten holst die eigentlich noch gar nicht für dich wären also wo du sehr hohe gegner hast dass da viel bessere pals rauskommen also das stimmt das muss ich wirklich bestätigen muss ja auch in die gebiete reingehen wo bist du denn jetzt ist jetzt die frage hast du den sphäre der drachen schwingen links oder ganz links oben ja den hatten wir auch freigeschaltet was man ja bei der zentralsee schmetterlingswall heuchlerhügel alter retour nee das war das einzige hier den du gerade genannt hast habe ich nicht ja dann lass uns zum schmetterlings weil sie sind eigentlich recht gleich denke ich mir mal in entfernen muss erstmal herunter kommen du bist ja schon wieder unten ich muss erst zum tor ja hallo neidwegen ich will aufsteigen wieso kommst du nicht immer der überall schnitt oder du darfst nicht zu nah an dem ding sein glaube ich habe ich auch schon mehr gemerkt bist du jetzt die richtung die ich gucke ticken nach links wenn ich ganz so viel an links ungefähr nach hier müssen wir jetzt ist unten rechts muss sogar die richtung anziehen ja mache ich gleich wenn man hier was wasser drüber weil wenn ich vorher nämlich kämpfe dann habe ich nämlich das problem dass die rüstung eventuell runter geht ich weiß nicht aber die dürfte normalerweise keinen schaden nehmen nur durch das feuer oder eigentlich vorher durch durch die hitze dürfte man ja normal nicht du bist runter gefallen das habe ich gesehen nein du bist unfähig zum fliegen ich habe jetzt einen schluck kaffee getrunken dann geht es weiter ich muss noch eine halbe woche warten dann kriege ich eine hochpersönliche game playerin tasse hochpersönlich ja da steht drauf der beste gamer oder die beste gamerin ist game player sind wir hier richtig wollen wir fliegen auf das schneegebiet zu zwar doch nicht ja wir müssen gleichen tick nach links hier vorne ist nun blau oder noch ein baum ja was für dinge ich schon mal eben was ein du kannst ja den baum schon mal pflücken ja hier war ich auch schon mal bei mir ja die bäume wollte ich aber das habe ich da glaube ich vergessen die wollte ich immer markieren wo die sind dass man die zur not mal abfliegen kann bisher noch gar nicht ich hab da ich hab da ich hab da ein sternchen hingemacht privat ich versuche das hier dann bei super ist das jetzt nicht da und kümmer wo die küste da unten ist was ist jetzt los naja genau dann können wir schon mal umziehen erwartet man da ziehe ich mal immer eine rüstung ja 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 er müsste bald mal was essen aber wieso stürzt jetzt hier ab weil ich weiter fliege denk aber dran ich glaube nachts habe ich die nicht so gesehen das weiß ich nicht jetzt ja aber sagen wir haben wir hier nicht ein weg schreien irgendwo leider nicht also ich habe zumindest jetzt hier da oben sehe ich eine grüne und da ganz hinten ist ein weg schreien das sehe ich schon aber das ziemlich weit weg wird aber nichts angezeigt bei mir ja bei mir schon also dahinten musste aufpassen müssen wir jetzt hier runter oder wohin ja eigentlich hier direkt am strand sind die normalerweise da unten rechts sind die vögel hier vor ne ach jetzt sind die mit den langen armen da willst du mich denn veräppeln ja die die o beine sage ich immer da hinten sind das ist ein robben das ist ein dom und ach die dummunde ja es ist jetzt es ist jetzt dunkel das ist jetzt das problem wahrscheinlich das zählt überhaupt nicht aua kannst mal versuchen die zu fangen jetzt wird das nicht kalt oder jetzt wird das kalt wegen der nacht willst du mich veräppeln kann sie nicht die mann so schaden der eine ist ziemlich down hier ich will jetzt nicht ja drauf hauen der linke daneben noch das war der falsche dass wir wechsel aber mal die jacken sonst bist du die gegen die kälte funktionieren jetzt auch nicht mehr hält anständig warm wenn ich hier vorne bin geht's noch die die vögel schlafen im wasser wenn ich aber hier rüber gehe da ist das zu kalt ja ich kann ich mich wo ist mein vogel überhaupt ja warum ist das jetzt so kalt hier was hast du mir da erzählt ja das war die ganze zeit heiß aber da wir jetzt jesse anscheinend da wo es besonders heiß ist es auch besonders jetzt wird es wieder heiß irgendwie oder ich habe jetzt hier meine meine kältekleidung an hier vorne da ist es okay und bei der jetzt gerade erst blau hat er jetzt wieder aufgeladen wenn ich aber bis nach hier fliege warte bis nach hier dann geht das so runter dass ich nicht mehr da stehen kann dass ich einfriere das problem ist dass wir jetzt eigentlich die nacht überspringen müssen und natürlich jetzt nichts hier haben dreh dich mal um ans wasser lovanda das ist so ein kängurofiech irgendwie das ist so sauschwer zu kriegen weil immer wieder die bälle abwehrt hast du den mal gefangen zufällig nein ich bin ja jetzt in die zucht umgestiegen auf meinem privaten stand da habe ich den glaube ich oder habe ich den den habe ich glaube ich nicht bekommen aber es gibt ja eine seite wenn ich daran denke verlinke ich die mal wahrscheinlich werde es vergessen aber warum immer hier oben kann man es nachschauen ich will mal hier oben das grüne ding da ja habe ich auch gerade schon dringend da hier sind die schildkröten diesen schildkröten ich hoffe da können wir dann werden sollen wir die schildkröten hier geht es aber auch ziemlich veräppeln was jetzt ich habe den gerade angeschossen das hat den null interessiert weil das direkt dran vorbei ging hast du diese grüne figur hier oben schon ich bin ja im kämpfen ihr wartet doch auf mich ja du bist direkt neben mir nein ich wollte diese ich habe gesagt ich hole eben die figur ich muss die fangen nicht töten ich mache nur noch die kleinen angriffe aber die müssen richtig down sein eigentlich ja gut ich habe die mit blauen oder grünen ball gefangen muss ich dazu sagen muss nur ein bisschen aufpassen da unten die sind noch am kämpfen vielleicht sollte ich doch den einen mitnehmen der macht irgendwas mit geht man was ist das ich werde jetzt nicht drauf schießen weil du da drauf haust noch hinter dir ist einer keine schildkröte ich habe die erste mal guck mal hinter dir meinst du der den habe ich auch nicht gefangen da ist immer so ein großer mit so kleineren zusammen ich habe zuerst gewusst das wäre ein shiny ja warum holst du den nicht warum willst du den nicht holen ich bin ja gerade hin am fliegen aua das tat weh alter alter yes also mit der grünen zwering gefangen damit ja den großen habe ich gefangen sollen wir das camp eben noch hier aus der fehlt mir noch glaube ich warte warte muss ich aber ein anderes wechseln warum warte mal ich wechsele auf den anderen ich wechsele auf den kleinen in die sau ich bin mit schätzelein angriff oh one shot sind die oh ich auch irgendwie backt der hier ein bisschen rum neben mir ich brenne nein ach deswegen die sache mit der hitze scheiße wieso wie kann ich mich löschen ich verrecke oh ja normalerweise kannst du ins wasser gehen aber oh oh komm rein schätzelein nein weg weg aua wuhuuu ich bin tot ich bin tot scheiße sind die kacke ich bin voll abgeflogen ja ich auch ich bin aber instant fast ich habe kein leben mehr ich muss erstmal pause machen warte mal wer schießt denn noch auf die da ist noch einer der hat aber kaum leben den habe ich extra ja den wollte ich fangen ja toll du hast doch welche ich nicht ja dann fang ihn doch äh alte sau du bleib doch mal stehen nimm doch mal ne anderes wäre die scheiße die blauen dafür ja ich hatte den aber schon fast damit und hab den jetzt auch was ist mit dem viel los oder das macht so viel schaden wolltest du den fangen ja wollte ich ja nicht aber ja dann mach mal ich mach den rechten hier kaputt ich bin jetzt tot mach gleich gar nichts mehr da ist noch einer oder ich mach den nicht kaputt wieso nimmt der eine so viel schaden und der nicht ja weil ich denn mit dem nee ich habe mit der muskete drauf geschossen da war der halb halbes leben runter soll ich natürlich ja nach meinen bogen auch gerade boah das war wieder musketenschutz gerade also jetzt könntest du den gut angreifen aber boah ich bin nicht zu stark rüstung beschädigt ach und hitze habe ich jetzt fuck ich muss immer die rüstung ändern nein wie ist das denn jetzt ja rüstung habe ich an ach so mein kopfschmuck ist beschädigt hä wieso habe ich da den kopfschmuck drin boah was wechselt hier eigentlich ständig ich muss erstmal hoch vom leben hochgehen sonst hast du den jetzt freigelassen hier ja ne ja ja was war da drin einen den wir doch schon mal hatten irgendwo auf dem berg hatten wir den mal gefunden so ein rosa nahr ich weiß gerade nicht wie er ist oh fuck oh da hinten sind vögel pass auf aber da liegt was aber da liegt was was so ein glitzern ist ach so eine munitionskiste hier nein ihr habt mich nicht weißt du woran mich die vögel da erinnern an diese meins 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 von ariel ne nicht von ariel meins war von nemo stimmt das war von findet nemo das waren die möwen die doch da die dann hinterher durch dieses dieses ding geflogen ist ich guck mal vorne durch dieses segel ob wir da jetzt wieder schildkröten haben aber die mit den langen beinen hier rechts die hattest du hier glaube ich noch nicht gefangen oder hier ist nämlich noch einer ja doch die ne ich hab aber eine davon hast du jetzt einen ja ich hab eine warum gehst du wieder weg ich wollte den wegschreien mir eben holen dass wir hier mal einen näher haben ja ich guck nur mal eben wegen den kröten habe ich doch gesagt ob hier nur äh hier ist noch einer oh aber ich hab kein leben ich muss erstmal mein leben auffrischen ich hole mir so lange den wegschreien eigentlich macht er das passiv aber warum ist die musik schon wieder so merkwürdig da sind noch viele von diesen also eine kröte ist auf jeden fall noch hier ne zwei sogar am strand wo bist du jetzt zum wegschreien ich such den wegschreien hier oben hier ist ein wegschreien irgendwo ja wenn ich frage wo du hin bist ist das keine präzise erklärung du bist gar nicht mehr ach so doch da bist du ja aber er ist der an wirklich einer mir zeigt der da keine Ahnung keine Ahnung warum geht der jetzt nicht höher hier ähm äh ich glaub wir haben das äh wilderer camp jetzt komplett platt gemacht das steht nicht mehr hier ja das ist mir auch schon aufgefallen dass die manchmal verschwinden auf einmal eigentlich nicht deswegen bin ich jetzt so verdutzt ich hab noch ein neues gefunden hier aber ich ach so das war dann das das feuer ich hab gar nicht ach ich dachte ich hätte einen wegschreien gefunden das war das feuer ja hier ist noch ein camp ach so ich glaub ich weiß wo das ist weil da hinten sehe ich ganz viele fragezeichen hier ist erst mal mitten in bambus warte mal doch beim bambus war doch auch eins hast du die anubis statue gesehen? was war bei bambus? ähm du meinst nicht den boss hinter mir ach so da oben das ist doch kein anubis da oben naja das ist diese figur hier die so heißt anubis hier in dem spiel meine ich hier unten ach so da hinter mir da ist ne chest hinten auf dem berg ja ich seh es gerade da ist unten auch noch schwefel hier unten ist noch einer unter uns wie noch einer was denn? ja eine schildkröte ach so du wolltest ja nicht nur eine oder? ne ne ich bin wieder aufgeregst warte mal ich hole die noch eben müssen wir auf jeden fall was schwefel mitnehmen ich weiß zwar nicht genau wofür wir das brauchen das ist ein footer da unten bist du bereit? du läufst da so mhm oh wie viel schaden machen die denn schon? die ist ja gleich down ho ho jetzt müsstest du eigentlich direkt mal hier hinter gelandet eine sehr gute chance haben ja habste ähm ja wie gesagt zum wasser hinten waren noch zwei was ist denn hier hier ist schwefel hier brauchen wir aber erstmal nicht wofür brauchst du schwefel eigentlich? ich weiß nicht aber ich weiß dass da nicht so viele sind mhm mhm was? kannst du kein kafarian nicht? da hinten ist ein schildkröte ja ich hab zwei jetzt also wo ist ach da ja neben dem boss aber der boss ist nicht da oh der boss hat oh da ist einer doch da ist anubis oh ach da ja aber der greift normalerweise nicht an oder? also wenn du jetzt nicht zufällig angreifst oh level 7 wird den denn angegriffen? wer hat den angegriffen? ich nicht! aua aua! aua! äh äh warum reicht die nicht? ja ja alter ist das denn ernst hier? ach das war nein das war eine goldene die wollte ich gar nicht nein! ach mann die goldenen gehen nicht bei der was ist mit der schildkröte? die ist down eigentlich was ist los mit der? jetzt fliegt sie mann ich hab keine mehr ich hab keine normale ich hab nur normale 10% ganz vergessen ja warte sonst probier ich das mal boah ist nicht dein ernst ich kriegste mit dem blauen boah das war aber wo ist der boss hin? ist der weg da nun? eigentlich müsste er da stehen nein oh das wurde äh oh nein ich hab schon wieder die gelbe scheiße ja ich wollte doch gar nicht die gelbe nehmen ich wollte die anderen nehmen verdammt äh anubis ist ja der ist weggegangen der boss also er wird mir hier angezeigt aber ja der war auch gerade da der hat gekämpft hier und dann war er weg geh mal hier hin was das ist mit dieser äh truhe hier kann man die glauben? woher kommt der dann? ne der lief ja eben hier rum megasphären und goldmünzen hab ich von goldmünzen danke ich bin die gerade los geworden ja weil du die du hast die goldmünze ja gedingst da ist er im grünen aber 47 das kannst du vergessen das kannst du jetzt noch nicht ja das brauchen wir nicht machen wo ist er im grün? ja da direkt vor uns auf dem Boden also da oh ja der läuft auch so so nach dem Motto mich kann nichts angreifen guck mal hier oben ist eine Schildkröte obendrauf die sieht aber hübsch aus stimmt also dass die obendrauf ist hübsch ist so mich erinnern die ja immer noch an die einen hier von Super Mario Brothers wie ist diese Dose oder wie die heißen? ne Digimon ne Digimon da und da ist noch eine Kiste unter dem Ding willst du die nehmen da unten? meine hast du mehr geklaut nein da unten unter der Platte da rechts was meinst du mit Platte? rechts dreh dich mal um da unten achso da ja da hab ich die auch schon mal ist an dem Baum nicht irgendwie ein Dings? an dem Baum? das ist doch irgendwo ein Weg schreien das gibt's doch nicht das hier kein hier ist ja nichts ach hier sind die Dings vorkommen hm? die Dings vorkommen jetzt sag mir nicht du ich weiß nicht was ich meine das ist jetzt die schwarzen ja doch die Dings vorkommen wir haben die Dings vorkommen Steinkohle so ja die Dings vorkommen die kenn ich auch ja ja wir kennen doch alle die Dings vorkommen ja und kennst du auch die Bums das gibt auch noch die Bums nicht nur die Dings sondern die Dings Bums das ist rein Quarz das sind die Bums vorkommen das ähm ich weiß nicht wenn man das Wort überhaupt bei Youtube sagen darf mittlerweile darf man ja normale Wörter auch nicht mehr sagen ähm ich würde aber sagen dass wir hier tatsächlich erstmal einen kleinen oh wieso wird mir ja nur bis jetzt hier angezeigt dass wir hier tatsächlich mal einen kleinen Cut machen ähm ich werde zwischendurch nochmal kurz zurückporten müssen weil ich nämlich jetzt komplett voll beladen bin auch wenn ich irgendwie äh immer noch nicht weiß wo ich hin kann wie willst du denn zurückporten wenn du nicht weißt wo du porten kannst ja hätte es mal zugehört ne ähm eine Sache ich weiß nicht ob du das weißt haben die übrigens verändert mit dem letzten Patch du kannst jetzt nicht mehr stehen bleiben wenn du überladen bist du gehst zwar nur ganz langsam wenn du sehr über also sehr stark überladen bist aber du kannst auf jeden Fall dich immer noch bewegen und das finde ich sehr 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 gut weil alles andere ist echt scheiße ja ich weiß du kannst nicht mehr stehen bleiben das hat sie irgendwie komisch gesagt du kannst wieder gehen meinst du du bleibst hier einfach stehen ja 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 habe ich ja gesagt übrigens hier ist noch so ein komisches Banditendorf mit so einem Riesentyp und so einer Minigun aber du bist schon weg ne ne ich bin hier oben dann würde ich sagen wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und dann gucken wir mal ob der EP in der nächsten Folge zerlegt wird wenn er dieses Dorf angreift und ich im Hintergrund einfach zuschaue hehehe hehehe du bist echt fies die Gameplayer die ist so fies weißt du was ich hetze einfach die ganzen explodierende Dinge auf die außerdem kämpfen die gerade da unten ich greife die jetzt an ja aber der Typ der ist nein greife die nicht an ich mach doch gerade einen Cut ja dann komm jetzt bis zur nächsten Folge dann kann ich doch endlich tschau bis zur nächsten Folge tschüss vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren